Tari, trara, der Herbst ist da. In unserem Podcast Nummer 9 geht es darum, was im September alles ansteht und wie ihr euren Garten Herbst fit macht. Heute ist der 1. September und damit meteorologisch gesehen Herbstanfang. Ja, das kam dieses Jahr wieder mal überraschend und irgendwie ganz schön früh und ich muss sagen, wir sind noch lange nicht bereit für den Herbst, gefühlt. Geben euch jetzt aber mal einen kleinen Überblick, was man im September und Oktober so alles machen sollte im Garten, was zur Vorbereitung auf den Winter ist, aber auch, was man noch Schönes machen kann. Denn bei uns steht noch die große Ernte, glaube ich, im Raum. Ja, wir haben viel vor, viel zu ernten. Wir haben irre viele Kürbisse, die wir gerettet haben und wir haben viele, viele Tomaten, die bald hoffentlich rot werden. Wir können es kaum erwarten, weil das Gewächshaus ist voll und überall hängen kleine grüne Kügelchen. Ja, die müssen noch rot werden, auf jeden Fall. Und also da werden bestimmt einige jetzt noch im September reif werden und was gut ist, man kann die ja dann zum Glück, wenn sie ihre passende Größe haben, kann man die ja auch schon ernten, auch grün. Und dann legt man sie sich einfach auf die Fensterbank oder irgendwo, wo es ein bisschen sonnig ist in der Wohnung und dann reifen die zum Glück nach. Das geht. Darum darf man keine grünen Tomaten essen? Die enthalten Solanin und das ist nicht gerade gesund für den Menschen. Das ist wie bei den Kartoffeln und das ist giftig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es wirkt, aber es ist nicht gesund. Ich glaube, eine der Nebenwirkungen ist Übelkeit, sehr starke. Ah, okay. Nee, das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Also drückt uns die Daumen, dass die Tomaten noch schön rot werden und im nächsten Jahr fangen wir dann ein bisschen früher damit an, weil es doch, also wir haben gemerkt, wir waren relativ spät dran, die rauszupflanzen, weil wir eben noch unser Gewächshaus fertig machen mussten vorher. Und haben auch gemerkt, also im Norden, es braucht halt viel Sonne, bis die rot werden und auch ein bisschen Dünger und ein bisschen Liebe und Ausgeizen und all solche Dinge, was wir natürlich gemacht haben. Aber am Ende ist es dann doch im Süden etwas sonniger, würde ich sagen. Das ist ein bisschen mehr Tomatenklima. Es ist, ja, das stimmt auf jeden Fall, aber man darf nicht vergessen, die Eisheiligen sind ja irgendwann Mitte Mai und dann ist, ja, es ist im Norden dann doch kühler, das merkt man. Die Pflanzen bei meinen Eltern, die sind doch ein wenig schneller gewachsen und da sind die ersten, oder schon einige Tomaten rot geworden. Und wir haben vor vier Wochen ungefähr die ersten zwei kleinen roten Tomaten geerntet und, nein, Quatsch, es ist gar nicht vier Wochen her. Zwei Wochen, entschuldigt. Und, ja. Genau, was können wir denn noch ernten im September? Was denkst du, es wird noch reif? Also, reif sind jetzt auf jeden Fall die Türkenturbanen oder, wie heißt das, Bischofsmützen. Die sind schön orange oben und das Kraut wird langsam trocken. Unser Mais können wir beide ernten. Unser Mais, den können wir auf jeden Fall ernten, der ist reif. Da ist das Kraut oben, dieses krause Zeug, was aus den Maiskolben rausguckt, die Frisur, die Fäden und so, die sind trocken beziehungsweise weg. Und was wir auch ernten können, auf jeden Fall, sind unsere Kartoffeln. Die müssen wir jetzt rausholen, nicht, dass die anfangen zu gammeln. Und, was haben wir noch? Achso, die anderen Kürbisse. Genau, wir haben noch diverse. Wir haben Fiktor, heißt die eine Sorte, ist ein bisschen wie so ein Hokkaido, sieht der aus, ein bisschen heller. Und dann haben wir noch einen ganz tollen grünen Hokkaido. Der ist von außen grün und innen ganz knallorange. Sieht richtig toll aus und schmeckt auch richtig, richtig gut. Haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal gehabt und waren so überrascht von dem Geschmack, dass wir den dieses Jahr auf jeden Fall nochmal angebaut haben. Und der kommt auch genauso gut. Genau, und ja, was haben wir noch zu ernten? Ich glaube, noch ein bisschen Salate. Salate haben wir noch. Genau, und dann geht es eigentlich auch so weiter, weil wir werden im September und auch bis in den Oktober hinein noch ein paar Wintersalate aussäen, beziehungsweise auspflanzen. Weil die erste Scharge, die wir gesät haben, da war es dann doch mal zu heiß in Hamburg, man mag es kaum glauben. Und die sind alle nichts geworden. Endivien hatten wir, Radicchio, das kam alles nicht leider, trotz Gießerei. Das war einfach zu heiß für die. Und dann hatten wir Glück, weil meine Mama hatte viel zu viel davon. Und jetzt haben wir irgendwie vier Sorten Endivien und Radicchio, ganz verschiedene. Und ja, können die dann nochmal auspflanzen und können uns dann im Herbst und Winter darüber freuen. Genauso sehen wir nochmal Feldsalat aus wahrscheinlich und Winterpostelein. Das hat uns sehr gut über den vergangenen Winter gebracht. Also da haben wir wirklich, ich glaube, ein oder zwei Mal mehr Salat gekauft über den Winter. Und sonst hatten wir immer selber welchen. Gerade Feldsalat ist halt toll, finde ich. Hat auch viele Vitamine und schmeckt halt auch total gut einfach zu verschiedenen Wintergerichten. Genau. Wir werden wahrscheinlich nochmal Winterrettiche sehen, die außen so schwarz sind oder dunkelbraun, so ganz raue Schale haben und innen sind die knalle weiß und schmecken, ja. Ein bisschen Richtung Meerrettich fast. Genau, zwischen Radieschen und Meerrettich irgendwie sowas dazwischen. Genau, und mit Radieschen kann man es auch nochmal probieren. Gerade im Hochbeet oder Frühbeet, da können wir nochmal schauen, ob das was wird. Und wir werden nicht nur aussehen im September und Oktober, sondern auch ein paar Pflanzen aus- und umpflanzen. Wir haben die erwähnten Salate von meiner Mutter, die auf jeden Fall jetzt in die Erde kommen. Und dann werden wir viel im Obst uns umtun. Im Obstbeeren, nein, Beerenbereich. Wir haben noch Himbeeren, die ausgepflanzt werden wollen. Und dann wollen wir, da wir ja unser Rhabarberbeet neu machen werden, auch gleichzeitig die schon bestehenden Himbeeren umpflanzen, dass die woanders stehen. Und ja, unsere Erdbeeren, die werden ja auch ein bisschen umgemodelt, beziehungsweise die Setzlinge wollen wir verpflanzen. Genau, wir haben ja schön aus den Trieben, quasi die haben wir abgesenkt in Erde, in kleine Töpfe. Und die werden wir dann als Terrassenrahmen oder Terrassengeländerbepflanzung nutzen. Allgemein könnt ihr auch Obstgehölze pflanzen, gerade bis in den Oktober rein, ebenso lange, wie es frostfrei ist. Im vergangenen Jahr haben wir zum Beispiel noch einen Apfelbaum gesetzt und eine Mispel. Und das Jahr davor haben wir sogar noch, ich glaube Ende November oder sogar Anfang Dezember, da hatten wir Apfelbäume, Zwetschgen und eine Pflaume oder Reneklode gesetzt. Also das geht wirklich, solange es eben frostfrei ist und ja, am besten nicht zu heiß. Das ist nämlich auch noch so das Ding, auch wenn es jetzt im September noch mal so ein bisschen spätsommerlich sein sollte, immer ein bisschen gucken, dass ihr nicht tagsüber pflanzt, sondern eher abends und schön wässert und so, dass die auch gut anwachsen können. Genau, jetzt ist auch noch mal die Zeit, die geht auch bis in den Oktober rein, beziehungsweise bis es frostfrei eben ist oder solange es frostfrei ist, könnt ihr Zwiebeln setzen, Blumenzwiebeln zum Beispiel. Ihr könnt natürlich aber auch Zwiebeln, Zwiebeln setzen oder Knoblauchzwiebeln, die könnt ihr dann ab dem nächsten Frühjahr ernten. Und Stauden könnt ihr teilen, das ist jetzt die beste Zeit dafür. Ja. Genau. Ja, September und Oktober sind nicht nur die Monate, um was Neues zu pflanzen oder zu säen, sondern natürlich auch, um Saatgut einzulagern. Also am besten, jetzt wenn ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr unbedingt Saatgut trocknen und ja, auch Saatkartoffeln, an Saatkartoffeln denken, wenn ihr die erntet. Und da legen wir immer so einen Eimer voll beiseite und hoffen, dass es dieses Jahr über den Frost rüber gerettet wird. Das haben wir im vergangenen Winter, haben wir uns leider, der Frost hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, hat uns wirklich unsere Saatkartoffeln, die schön in Sand eingelegt waren oder eingebettet waren, hat uns die echt verfroren. Also das war zu kalt dafür. Es war, wir hatten hinterher erfahren von unserem Vorstand, der hier im Garten noch wohnt, dass es bis zu minus 15 Grad waren. Und das war zu kalt in unserer Hütte. Also wenn wir jetzt solche Frost-Temperaturen angesagt bekommen, in diesem Winter werden wir auf jeden Fall dann die Kartoffeln bei uns einlagern. Vielleicht in der Absteckkammer oder im Shop. Ja, oder im Heizungskeller, da ist es ja dann optimal. Da, wo es eben nicht ganz kalt ist, aber auch nicht zu warm, nicht, dass sie keimen. Genau. Und ansonsten Saatgut, ja, wir nehmen eigentlich von allem, was wir so haben, Saatgut. Wir lassen ja irgendwie immer alles... Von allem irgendwie ein bis zwei Pflanzen stehen. Genau. Und haben ganz viel Salate so geerntet und Erbsen, die wir aussehen können. Jetzt müssen wir mal überlegen, Möhren haben wir vor dem letzten Jahr. Kohl, Möhren, Rote Beete, Mangold. Ja, haben wir alles selbst, sozusagen. Selbst und viel. Selbst und viel, genau. Da machen wir vielleicht sogar noch eine kleine Verlosung über den Winter rüber, weil wir wirklich irre viel... Wir haben eine, nee, zwei Rote Beete-Pflanzen stehen lassen und die haben Unmassen an Saatgut produziert. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, wie viel an einer Pflanze dran ist. Also da ist auf jeden Fall Rote Beete satt, würde ich sagen, die nächsten Jahre. Da können wir theoretisch einen Acker mit anlegen. Einen Acker mit anlegen. Oh, das ist ein gutes Stichwort. Im September und im Oktober könnt ihr natürlich die Beete, die ihr für das nächste Jahr nutzen wollt, perfekt vorbereiten. Bei uns sieht das so aus, dass wir die alten Beete, zum Beispiel jetzt die Kartoffelbeete oder Pyramiden, dass wir die aber einmal abbauen, abnehmen und dann Gründüngung aussehen, zum Beispiel. Unsere Hochbeete, da muss man in einigen ein bisschen nachfüllen. Die sind ganz schön abgesagt über die vergangenen anderthalb Jahre, die wir die genutzt haben. Und da werden wir eine Schicht Kompost drauf betten. Ja, Stichwort Kompost. Wenn ihr einen schönen Kompost habt, dann könnt ihr den einmal umschichten, so im September, Oktober. Genau, dass der dann weiter reifen kann und nochmal das Reife schon mal rausnehmen. Genau. Und natürlich, wenn ihr neue Beete haben wollt, im neuen Jahr sozusagen. Dann kann man die natürlich jetzt anlegen. Das ist natürlich perfekt. Weil dann könnt ihr schon mal den Boden vorbereiten, zum Beispiel durch Abdecken, dass das Gras da verschwindet. Oder ihr befüllt schon mal Hochbeete fürs nächste Jahr, dann kann das schon mal arbeiten und sich die Organismen da alle schön ansiedeln. Ist auch die perfekte Zeit sowieso, wenn man jetzt anfängt mit Baumschnitt und so Geschichten, dann kann man das, was weiß ich, gerade bei Obsthölzern, Hölzern, das direkt unten reinlegen ins Hochbeet. Ja, das ist so praktisch. Das haben wir im vergangenen Herbst eigentlich gemacht. Das haben wir, ja. Wir haben zwar nicht so viel Obstgehölz, deswegen war das dann spärlich und musste anderes Holz noch herhalten, aber das ist die optimale Zeit. Genau, ja, ihr könnt genau Obstgehölz jetzt beschneiden, den sogenannten Sommerschnitt macht man so im September, aber auch nochmal andere Dinge. Also Rosen könnt ihr nochmal zurückschneiden. Was schneiden wir immer noch so im Herbst? Also klar, unsere Hecke schneiden wir im September nochmal ordentlich und halt so alle möglichen Gehölze, was uns so über den Sommer rübergefuchert ist. Das kann man jetzt nochmal holen, da werden wir ordentlich beschneiden. Wir werden ordentlich zurückschneiden, genau. Und genau, da ist auch wichtig eben, alles, was ihr da schneidet, muss auch vor dem ersten Frost passieren, weil sonst friert es eventuell in die Pflanze rein und das ist natürlich nicht so gut. Und genau, Frostschäden könnt ihr auch schon vorbeugen, indem ihr zum Beispiel so die Stämme von Obstbäumen weißelt oder sowas. Dann entstehen eben nicht im Frühling solche Frostschäden. Und vielleicht bleiben dann die Hasen weg. Das machen wir erst später im Jahr, erst so um den ersten Frost hin. Da werden wir wieder unsere kleinen Bäumchen alle sichern mit Draht und so. Wir haben ja immer Besuch vom Feldhasen. Der vergangenes Jahr unseren Obstschnitt gemacht hat. Da hatte ich mich ja so gewundert und dachte, dass Florian heimlich oder ohne mich zu fragen irgendwie die Pflaumen und Zwetschgen da beschnitten hat. Und ich war so überrascht, weil eigentlich mache ich das ja immer. Und dachte dann so, da ist aber radikal jemand beigegangen. Ich dachte so, warum hast du denn die dann so doll beschnitten? Es sah wirklich aus wie abgekappt, so richtig durchgesägt. Das war ein sauberer Schnitt. Manchmal knabbern die nur die Rinde ab, wenn das ganz lecker ist. Und manchmal fressen die aber auch die kleinen Äste und Zweige ab. Also naja, und die haben echt scharfe Zähne scheinbar. Genau. Also den Obstschnitt machen wir dann lieber selber. Und ja, wir überlegen auch noch unseren Rasen nochmal auf Vordermann zu bringen. Der hat dieses Jahr und auch vergangenes Jahr durch die Hitze ziemlich gelitten. Und was bedeutet, dass der Rasen nicht weiter gewachsen ist, sondern eigentlich nur so Kraut. Und also wir haben eine wunderschöne Schafgabenteppichwiese. Das ist aber die Frage, ob man das so haben will. Und wir überlegen eben dann nochmal ordentlich zu vertikutieren, wenn wir Zeit haben, ein Wochenende und nochmal neu nachzusehen. Das empfehle ich auf jeden Fall im September zu machen. Vorausgesetzt ist, die Sonne brennt nicht zu doll, weil das Ding ist, im Herbst, ihr solltet nicht bis zu spät in Herbst das reinmachen, weil das eben dann dazu führen kann, dass eben Mose und andere unerwünschte Dinge im Rasen wachsen werden. Das Gras hört ja auf so ab vier Grad ungefähr und drunter hört es ja auf zu wachsen. Und dann muss man mal schauen, dass das dann noch quasi die Saat, die ihr habt, dann noch weiter wächst. Oder bis dahin noch eine gewisse Länge erleichtert. Ja. Genau. Aber erfahrungsgemäß ist es ja so, der erste Frost kommt meistens bei uns so im November, Ende November, Anfang Dezember. Ja, mal gucken. Das ist ja momentan alles immer so ein bisschen, wie es Lust hat. Ich finde auch, das Wetter ist super unversehbar. Was ja auch beim Rasen das Problem war, ist, dass einfach, es war nicht kalt genug fürs Moos. Also das heißt, es muss einmal richtig frieren, dass das Moos einfach keine Chance hat, sich da zu bilden, weil Moos mag ja diese kalte Feuchte auch. Und unser Rasen ist halt auch stark vermoost. Und das ist aber da draußen ja ein generelles Problem. Das hat ja auch schon unser Vorstand mal gemeint. Genau, das ist bei uns im Garten einfach überall eigentlich so. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist der perfekte Boden dafür oder so. Ich weiß nicht genau. Ja, und auch eben die Feuchtigkeit. Also wenn es so feucht ist und kühl, dann gefällt das dem Moos ganz gut. Ja, genau. Genau, also das werden wir auf jeden Fall angehen. Was werden wir noch im September und Oktober machen? Pflanzen schneiden, ernten, aussäen, Beete vorbereiten, Sonne genießen. Ja, ich hoffe auch, dass wir noch ein paar sonnige Stunden genießen können. Ja, pünktlich zum Ende August hat ja das Wetter wieder auf Sommer umgeschaltet, nachdem es vorher schon sehr herbstlich war. Und wir hoffen, dass dann natürlich das Wetter so ein bisschen sich weiter in den September reinzieht. Wobei man natürlich schon merkt abends, dass es echt kühler wird, sobald es die Sonne weg ist. Ja, und es wird auch wieder so schnell dunkler. Ja, ja, es geht schon auf die Winterzeit zu irgendwie. Ich finde das immer wieder verrückt, wie kurz eigentlich der wirkliche Sommer so ist. Ja, das ist krass. Ja, aber irgendwie gibt es immer was zu tun. Und ich finde auch toll, dass eben dann im Herbst blühen ja nochmal so ein paar schöne Pflanzen. Gerade wenn man da die richtigen ausgesät hat oder gesteckt hat, auch Zwiebeln. Ja, da kann man ja im Herbst noch aus dem Vollen schöpfen, ein Stück weit. Absolut. Haben wir etwas vergessen oder steht bei euch was ganz anderes auf der Liste oder wie auch immer, dann schreibt uns gerne oder diskutiert mit uns auf Instagram unter at einstückarbeit oder auf unserem Blog unter www.einstückarbeit.de und in diesem Sinne werden wir jetzt in unseren Garten gehen, noch ein bisschen ernten und wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Ja, macht's gut. Bis bald. Bis bald. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.